Okay, wir... Okay, ich hoffe. Kannst du eine eigene Klasse machen oder bist du dazu gelebt? Ich habe eine eigene Klasse, also ich denke, dass das geht. Gut, dann gebe ich eine vor. Perfekt. Ich esse nur noch kurz meinen Mauern, ne? Ja, ja, ja. Okay, jetzt musst du zählen, ja? 2, 3, 4, 1, 5, 9, 8... Alter, es klebt. Und ich kann es nicht runterschlucken. No homo. Okay. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los. Hiiii. Aua. Ja, Rapto, für alle Leute, die dich jetzt nicht kennen, wer bist du denn überhaupt? Stell dich doch mal vor wie bei so einem Brothers-Bewerbungsgespräch. Hi Leute, ich bin's der Rapto und es ist auf jeden Fall eine coole Couch hier am Start. BAM! Und ja, wir snipen heute ne Runde gegeneinander und das wird auf jeden Fall ein Easy 20-0 nicht mehr. Ich habe auf 30 gestellt. Dann wird es auch, dann wird es ein 30-0 ab jetzt. Ich muss auch sagen, also ich kann mit dieser Sniper überhaupt nicht snipen. Was hast du getan? Ich habe mich gerade ein bisschen aufgeregt. Weil ich 70.000... Jaaaa! Weil ich circa 50.000 Schüsse versetzt habe. Warum hast du eigentlich keinen Afterburner in der Klasse drin? Das ist ja voll der Kack, ey. Afterburner? Es gibt zwei Klassen. Natürlich gibt es zwei Klassen. Ja, aber warum soll ich denn die ohne Perks nehmen? Weil ich die auch... Ich habe vergessen, die Perks reinzumachen. Das ist schlecht! Das ist schlecht! Also, soll ich auch die Metamal nehmen? Ah! Ja! Dann nehme ich jetzt auch die Metamal. Ja, geilo! Ihr wisst vielleicht, Raptor ist jetzt so der eine, der immer tryhardt, der in der Lobby sagt, ey ihr Fotzen! Ihr habt ihr kein... Du siehst... Du siehst schon heiß aus, muss ich sagen. Wie sehe ich denn aus? Ich weiß nicht. Du bist dieser Outrider-Slut. Moment, ich... Ich wallbacke dich mal ganz kurz. Genau genommen findest du mich nie auf dem Boden. Das solltest du wissen. Ah! Ja! Okay, ich treff dich nicht. Okay, jetzt wird es echt komisch. Ah! 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 Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt ein besseres von dir erwartet. Dafür, dass du im Pro Team von Impact bist. Ah! 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 Du bist einfach gerade nicht so gut, kann das sein? Ja, ich habe dir gesagt, ich kann nicht gut snipen. Ich habe das Gefühl, da kommt ein Wasser voll aus meinen Händen, ohne Scheiß. Ich habe richtig das Gefühl, jetzt müsste ich mir ein paar ausreden, jetzt langsam ausdenken. Wollen wir danach noch mit normalen Waffen spielen? Mit einer M8 zum Beispiel? Mit einer M8? Okay! Deal! Und wenn ich gewinne, join ich Impact. Okay! Okay! Also, da habe ich keine Angst, dass ich das verliere. Da hast du keine Angst, dass du das verlierst? Nee, 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 nee. Das kann ich nicht verlieren. Und wenn ich gewinne, join ich Impact? Ja, direkt, sofort. Direkt sofort. Du bist dein Leader direkt. Echt? Ja. Deal. Hand drauf. Warte, 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 warte. Geil! Läuft! Ich würde sagen, dann haben wir das geklärt, oder? Dann bin ich der Impact Leader und dann kicke ich erstmal so ein paar Leute. Ich bin mir da auch nicht mehr so... Oh! Ich habe gar nicht hingeguckt! Ich schwöre, in der Facecam! Was ist der F***? Ich habe gar nicht hingeguckt! Wuuuuuuu! Oh, ich stehe dahinter und gewartet, bis du rauskommst, dann werde ich gewallbanked, ey. Ich schwöre, in dem Moment habe ich gerade zum... Oh! Ach, du hast dann nur auf den Bildschirm geguckt, oder? Nein! Ich habe wirklich zum PC-Bildschirm links geguckt! What the f***? Was? Ich habe dann nur so rechts gesehen, dass ich den Hitmarker hatte, den roten. Ah, jetzt wieder einen, komm! Oh! Scuffed Problems! Du bist... Du bist... Du bist einfach zu scheiße in dem Spiel. Nee! Also, wenn ich mal... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen... Zwischen... Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich bin behindert. Die Hitze steigt mir zu Kopf. Aber... Du... Weißt du was? Nein! Was mache ich? Töte mich nochmal! Was ist denn dein Problem? Du hast mich jetzt schon zweimal geschlagen, was ist denn dein Problem? Schlag mich! Schlag mich! Oh ja! Ja! Willst du die Fals in deinem Gesicht haben? Oh ja! Ja! Ohohohoho! Oh Gott, Alter! Alter, was hast du denn mit dir gerade für Geräusche gemacht? Ohohohoho! Ey, ich schwör dir, ich schwitze so hart! Vor allem habe ich jetzt gerade noch die Softboxen... NEIN! Ja! Oh shit! Das M8101... Eieieiei... Bist du dir sicher, dass du das irgendwie verwenden willst? Ich bin... OOOOOOOOH! Das war gerade der Testosterons gefüllte Schrei in der Menschheitsgeschichte. Das ist echt so ein Brothers-Bewerbungsvideo, was wir hier für Sounds machen. Oh, hi! Hi! Geh weg! Hi! 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 Verdammt! Das Stück Scheiße! 27 zu 16, ich würde sagen, das Spiel geht an mich, oder? Warte! 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 Also auf meinem Tacho steht 27 zu 17! Du bist ein dreckiges Stück Scheiße! Ich hab noch nie so ein dreckiges... Du hast doch mit Emerald gefickt, damit du so ein bisschen was kannst! Ja, ja, guck mal, ich schende gerade deine Leiche! Jetzt schende ich dich! Aber lass mich mit schenden! Ja, komm! BOOM! Ja, ähm, so! Wie man sieht, ich hab 30 zu... Ist ja gerade gegangen! Oh! Ich glaube, er ist gerade außer Haus! Also, wie man sieht, auf jeden Fall, Leute, ähm, das ist so fake! Ich stehe 30, äh, Kids vorne und er hat 0! Also, habt ihr gesehen, 30-0, easy! Und, äh, jetzt kommt M8 und ich denke, das wird genau 30-0 auch wieder sein für mich! Also, bis gleich! Bist du bereit für das, für das M8 1x1? 1x1? Bist du jetzt bereit oder nicht? Ja! Ja! Wann geht's jetzt los? So, Raptor! Nachdem ich dich das erste Spiel total vergewaltigt habe... Kannst du auch noch mal normal reden ohne Sprachfehler? Nachdem ich dich das erste Spiel komplett vergewaltigt habe und deine Ahnung ist jetzt blutet, wirst du mich jetzt besiegen? Alles klar! Lassen wir das! Warte, mein Gamer Grip muss noch trocknen! Du hast jetzt echt Gamer Grip... angebracht? Ja, ich schwitze! So! Bist du bereit, mich, äh, Impact vorzustellen als Läueln-Lila, oder? Ja! Also, kommt drauf an! Wenn du einen Schuss triffst, dann ja! Meine Hände sind schwitzig! Oh nein, jetzt macht er die typische Tryout-Musik an, oder was? Ja, ja! Mach dich noch fertig! Ich join, ich join Impact noch! Keine Sorge! Ja, komm her! Also, gerade sieht's nicht ganz so nach Impact aus, wenn ich das mal so behaupten darf! Ach, das ist, äh, gar kein Problem! Äh, äh, wie weit, äh? Bist du aus dem Himmel gerade gekommen, oder was? Ja, kann man so sagen! Ich laufe die ganze Zeit rum und, um, 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 push so, und du wartest nur immer auf mich und killst dich! Ja, da, deshalb hast du... Jaaa! Jaaaaaa! Jaaaaaa! Ich geb dir, äh, du, b- Ich schlucke, ne? Ja, 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 ja. Ja, du, du, sch- sag mir, dass du grad nicht geschluckt hast! Das war grad ganz normal! Ich hab dir schon wieder nen Burst gegeben, du Penner! Ich gebe dir die ganze Zeit einen richtigen Burst Einen Sarning Burst In deine Fresse und du schluckst Komm Digga, komm Ja Du Penner Ich habe jetzt deine Waffe aufgehoben, jetzt mache ich dich fertig, Alter Okay Wo warst du? Oben Wo warst du? Bist du den Baum hochgeklettert wie so ein Eichhörnchen oder was? Was machst du da oben? Ich habe da oben noch nie jemanden gesehen Ja, du hast doch noch keinen Wie viele Sekunden im Spiel bist du auf dem Boden? Keine eigentlich Also nur wenn ich wieder runterkomme, um wieder voran zu springen Das ist kein Joke, Digga Du wirst mich nicht irgendwo unten sehen Ey, ich bin glaube ich die Sonne oder so in dem Spiel Ey, ich gucke gerade mit der Waffe an Orte Wo ich noch nie zuvor hingeguckt habe Wirklich, ich habe noch nie da oben an das Haus gezielt Bis jetzt Ja, warum sollte man auch? Ja, weil da so Leute wie du sind Nimm bitte, wenn ich es doch die 10 killst Und wenn du die schaffst, dann Dann journey impact, alles klar Dann gebe ich dir ein Eis aus Also komm, streng dich an Du willst doch das Eis Ja, das will ich Nein, ich kriege das Eis nicht Ja, weniger Geld für mich Äh, nee, mehr Geld für mich So Guckt ihr, was ich mache So Leute, ich würde auf jeden Fall sagen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall den So wird dann nämlich richtig ausgesprochen Daumen nach oben da Und Abonniert mich nicht, denn ich fliege nur Ich bin unbedeutsam Ja, seht ich Ciao Das gibt eine Revanche, du Hund